Die Priester sagen zu Pilatus, er gebe dem Kaiser keine Steuern. Darauf erwidert Pilatus, bist du der König der Juden? Darauf sagt Jesus, ich finde keine Schuld an ihn. Darauf sagen die Priester, wir wollen, dass er verurteilt wird. Darauf sagt Pilatus. Keiner der Anklagepunkte hat sich bestätigt. Er hat nichts getan, wofür er den Tod verdient hat. Ich lass ihn auspeitschen, dann ist er frei. Mit Jesus gib uns Barnabas frei. Heutig ihn! Heutig ihn! Heutig ihn! Heutig ihn! Heutig ihn! Daraufhin lässt Pilatus Barabbas frei. Und Jesus wird festgenommen. Pilatus sagt darauf hin. Ihr wolltet es ja so. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Das war jetzt die Aufzeichnung des kurzen Theaterstücks, wie Pontius Pilatus sich vom Volk gedrängt wird, sich gegen Jesus zu entscheiden und Barabbas frei zu geben und sich anschließend die Hände wäscht. Das haben Kinder der Kinderkirche Hoffnungsland des Kirchspiels Dubins gezeigt. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das wird jetzt die Hände in Unschuld. Dann ist das Abwechslung.